Kein Film wird derzeit wohl so heiß erwartet wie Tenet. Das ist nämlich der mittlerweile elfte Spielfilm des Kult- und Blockbuster-Regisseurs Christopher Nolan, der bereits mit Filmen wie The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk und Prestige mehr als einmal gezeigt hat, dass er sowohl Kritiker als auch Publikum gleichermaßen zu überzeugen weiß. Eigentlich sollte der Film ja bereits am 17. Juli 2020 in den Kinos starten, allerdings hat das Studio Warner Bros. den Starttermin nun mehrfach verlegt und zuletzt sogar auf unbestimmte Zeit verschoben. Über die Handlung ist deshalb auch noch nicht allzu viel bekannt, aber schon jetzt ist klar, dass Tenet ein extrem wichtiger Film ist, der exemplarisch dafür stehen könnte, ob und vor allem wie sich die Kino- und Filmlandschaft durch die weltweite Corona-Krise nachhaltig verändern wird. Die ersten Teaser, Trailer und Artworks sorgen bereits jetzt für spannende Diskussionen unter Filmfans. Spielt Tenet möglicherweise im gleichen Universum wie Inception? Ist der Film so kompliziert, dass man ihn nur mit Sekundärliteratur verstehen kann? Spielt Nolans Lieblingsthema Zeit hier auch wieder eine elementare Rolle? All das sind Fragen, die im Internet heiß diskutiert werden und auch darüber hinaus für Spekulationen sorgen. Wir als leidenschaftliche Filmplakat-Designer und Fans der Filme von Christopher Nolan haben uns im Zuge dessen gefragt, welche Informationen lassen sich eigentlich bereits im Artwork finden? Darum haben wir das Plakat genauer unter die Lupe genommen und auf Basis von Gestaltungsregeln analysiert. Und damit heißen wir euch nun herzlich willkommen hier zur ersten Artwork-Analyse bei... Wenn wir uns zunächst einmal auf die Bildkomposition konzentrieren, lässt sich schnell erkennen, dass das Poster eine starke Perspektive aufweist und von geraden Linien sowie geometrischen Formen dominiert wird. Diese Herangehensweise finden wir auch vermehrt in anderen Artworks wieder, mit denen die Nolan-Filme präsentiert und beworben werden. Ebenso üblich ist in diesem Zusammenhang, dass die Hauptcharaktere in Relation zur Filmwelt gesetzt werden. Wir finden solche Elemente zum Beispiel bei Dunkirk, The Dark Knight oder auch Inception wieder. Im Fall von Tenet wird dies vor allem bei Betrachtung der beiden Halbierungsachsen deutlich, an der sämtliche Inhalte des Bildes mit Ausnahme des Charakters und des Titelschriftzugs gespiegelt werden. Aber auch die gerade verlaufenden Linien der abgebildeten Architektur stechen direkt ins Auge. Auffällig ist hier die Zentralperspektive, also die zentrale Ausrichtung. Sämtliche Linien führen in Richtung des Charakters und des Titels in der Mitte des Artworks, sodass auch unser Fokus beim Betrachten direkt auf die Mitte des Bildes und dadurch eben auch auf den Charakter und den Titel gelenkt wird. Verstärkt wird dieser Effekt zusätzlich dadurch, dass die Positivflächen, also die Anteile des Posters, die tatsächlich mit Inhalt gefüllt sind, in diesem Fall eben die Architektur, zwar mit Negativflächen, also den vermeintlich inhaltsleeren Anteilen des Bildes, in diesem Fall der Himmel bzw. die Wolken, kontrastiert werden, aber auch hier eine zentrale Ausrichtung innerhalb der Wolkenformation erkennbar ist. Im Zentrum des Artworks sehen wir dann den von John David Washington dargestellten Charakter und den Schriftzug Tenet. Besonders ins Auge sticht zum einen die Teilung des Charakters und zum anderen die schräge Anordnung der beiden Elemente. Wenn wir uns zunächst auf den Charakter konzentrieren, lässt sich schnell ausmachen, dass er eine Waffe in der Hand hält, uns zugewandt ist und sein rechter Fuß keinen Bodenkontakt hat. Er bewegt sich also auf uns zu und wirkt daher dynamisch. Dies kennen wir vor allem von Artworks aus dem Genre Action-Thriller. Der fehlende Kontakt zum Boden dient hier als surreales Element und steht dafür, dass der Charakter oder der Film insgesamt keinen Kontakt zur realen Welt hat. Im Gegensatz dazu ist er in der rechten Hälfte des Bildes mit dem Rücken zuvor, hat Kontakt zum Boden und keine Waffe mehr in der Hand. Stattdessen ist der Kopf nach links gedreht, wodurch wir eine Art Beatmungsmaske erkennen können. Die dynamischen und surrealen Komponenten aus der linken Bildhälfte fehlen hier zwar in Bezug auf den Charakter, allerdings lässt sich zumindest die surreale Komponente in der 180-Grad-Drehung wiederfinden, wodurch Hintergrund und Charakter auf dem Kopf stehen. In beiden Bildhälften werden also Elemente, die der physischen Realität zuzuordnen sind, mit surrealen Elementen verbunden. Aufgrund der Anordnung dieser Elemente entsteht daraus gewissermaßen eine Uhr. Der Hintergrund stellt in diesem Zusammenhang das Ziffernblatt dar, während Charakter und Schriftzug die Zeiger bilden. Besonders deutlich wird dies, wenn wir das Artwork im Uhrzeigersinn rotieren. Nachdem wir in der Bildkomposition nun sowohl Action-Thriller-Elemente als auch den surrealen Umgang mit Zeit und Realität ausmachen konnten, wollen wir uns das Color Grading, also die Farbgebung, mal genauer anschauen. Der verantwortliche Designer oder die verantwortliche Designerin hat hier mit einem starken Komplementärkontrast im sogenannten Orange-Tea-Look gearbeitet, aus dem sich ein ebenso starker Warm-Kalt-Kontrast ergibt. Dieser zeichnet sich durch das Zusammenspiel der Farbtöne Orange und Cyan aus und findet sich innerhalb der Filmbranche in den verschiedensten Anwendungsgebieten wieder. So also auch hier im Artwork zu Tenet, denn ausgehend vom Zentrum des Bildes lässt sich erkennen, dass ein kreisförmiger Warmtonverlauf rund um den Charakter gebildet wird. Die Kreisform erinnert hier auch wieder an eine Uhr. Nach außen, also zum Rand des Artworks hin, werden die Farben immer kälter, sodass Blautöne hier vorherrschend sind. Dadurch wirkt der Charakter trotz ernster Mimik und Bewaffnung wie ein Held bzw. der Protagonist in einer kalten, düsteren und bedrohlichen Welt. In Kombination mit der Uhr, die sich aus der Bildkomposition ergibt und die hier als Kreisform auch in der Farbgebung wiederzufinden ist und den bereits angesprochenen surrealen Anteilen des Bildes, lässt sich daraus ableiten, dass John David Washington als Protagonist die Welt zu einem besseren Ort machen oder Gefahren von ihr abwenden muss und dabei Zeitreisen, Zeitmanipulationen oder derartiges eine große Rolle spielen. Unterstützt werden kann diese Interpretation durch die Wahl des Titels und der Typografie. Tenet ist nämlich ein Paländrom. Das Wort kann also vorwärts und rückwärts gleichermaßen gelesen und verstanden werden. Bei der Schriftart handelt es sich um die Font Akma Gothic Extra Right Regular, die von Mark Simonson designt wurde. Diese gehört zu den Adobe Fonts und ist sehr stark auf Symmetrie ausgerichtet. In den ersten Fassungen des Schriftzugs wurden die verschiedenen Zeitachsen, die innerhalb des Films offenbar eine große Rolle spielen, zusätzlich dadurch herausgearbeitet, dass dieser dort als Ambigramm dargestellt wurde. Unsere Sprache, du Wichser, sprichst du sie nicht! Das bedeutet, dass man den Schriftzug um 180 Grad drehen konnte, ohne dass dieser sich ändert. Der Schriftzug im Vordergrund hätte aufgrund dieser Darstellung also exakt so funktioniert, wie der Hintergrund im schlussendlich finalen Artwork. Ein abschließendes, vermeintlich kleines, aber dennoch wichtiges Detail in Bezug auf die Handlung und vor allem die Erwartungshaltung der Zuschauer und der Zuschauerinnen lässt sich im angeführten USP, also der Unique Selling Proposition, und in den Credits finden. Der USP ist nämlich sehr präsent, in der oberen linken Ecke des Artworks platziert und benennt nur den Regisseur Christopher Nolan. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass der Name Christopher Nolan mittlerweile so eine starke Marke geworden ist, dass den potenziellen Zuschauern und Zuschauerinnen nicht mehr gesagt werden muss, welche Filme in der Vergangenheit von ihm inszeniert worden sind und welche Themen dort behandelt werden. Auch hieraus lässt sich wieder auf das Thema Zeit schließen, da Nolan wie kaum ein anderer für genau diese Thematik steht und diese in nahezu all seinen Filmen eine immense Rolle einnimmt. Die Credits sind, dem entgegengesetzt, in der rechten unteren Ecke des Bildes platziert, woraus sich eine Balance ergibt, die abermals die Gegensätzlichkeit der bisher angeführten Gestaltungselemente untermauert und diese um ein weiteres Element ergänzt. Abschließend lässt sich also festhalten, dass das Artwork zu Tenet in vielerlei Hinsicht Rückschlüsse auf die vermeintliche Handlung des Films zulässt, die sich auch mit den ersten Teasern und Trailern decken. Zwar weiß noch niemand so hundertprozentig, worum es in dem Film schlussendlich genau gehen wird, aber daran, dass es sich um einen Action-Thriller handelt, in dem Zeitmanipulationen oder Zeitreisen eine Rolle spielen, dürfte es dank des bisher veröffentlichten Promomaterials inklusive des sehr spannenden und stimmigen Artworks eigentlich keine Zweifel mehr geben. Schließlich haben wir innerhalb unserer Analyse auf Basis von Gestaltungsregeln feststellen können, dass sämtliche Gestaltungselemente, also Bildkomposition, Farbgebung und Typografie, mit weiteren Informationen, also Titel, USP und Credits harmonieren und deshalb schlichtweg keinen anderen Schluss zulassen. Nun bleibt abzuwarten, ob Tenet den daraus resultierenden Erwartungen der Filmfans überhaupt gerecht werden kann und vor allem, wann der Film endlich die Chance bekommt, uns zu zeigen, was er so drauf hat. Wir jedenfalls warten schon ganz gespannt darauf, endlich wieder einen heiß erwarteten Blockbuster im Kino gucken zu können und hoffen deshalb wirklich auf einen baldigen Release. Wir bedanken uns nun für eure Aufmerksamkeit, hoffen ihr hattet etwas Spaß mit diesem Video und freuen uns darauf, euch noch viele weitere Artwork-Analysen präsentieren zu können. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen und schreibt uns auch gerne euer Feedback in die Kommentare, aber vor allem sagt uns, wie euch das Artwork eigentlich so gefällt. Und damit verabschieden wir uns nun von euch, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei... Bis zum nächsten Mal hier bei...